Hallo, heute ein Tipp für alle X-Ubuntu-User, die so ein bisschen Problemchen haben. Ja, die Fenster zu ziehen. Xfce 4 Desktop Umgebung mit dem XfWM4. Das hat nichts mit der Weltmeisterschaft zu tun. Wer hat denn die Weltmeisterschaft auf den Desktop geholt? Windows Manager. Xfce Windows Manager 4. Hier wäre es schon 4.10. Und da kann ich sehr schlecht die Ecken greifen. Können wir nicht gut greifen? Ja, greifen wir jetzt. Was machen wir da? Wir machen sudo apt-get install xfwm4-themes. sudo apt-get install xfwm4-themes. Da installieren wir neue Themen. Achtet bitte auf die Leerzeichen. die dazwischen gehört. Gut, haben wir das erledigt. Geben wir in die Einstellungen. Und da in die Fensterverwaltung. Und jetzt können wir uns an Charlotte zum Beispiel Greybird etwas anderes aussuchen. Damit man das besser sieht, mache ich mal ein Terminal-Fenster drumherum. Ihr achtet nur auf den Rahmen des Terminals. Übrigens Alt und Rechte Maustaste kann man es übrigens auch ziehen. Ich mache den Rahmen jetzt nur drumherum, damit der mal auf die untere Ecke hier achtet. Auf diesen Rand. Der ist hier nahezu nix. Und hier seitlich kann ich auch nix greifen. Gehe ich jetzt zum Beispiel auf Keramik, sieht das schon besser aus. Hier kann ich schön greifen, da kann ich schön greifen. Geht da auch gut. Und was mir an Keramik auch gut gefällt, ist dieses runde Design. Ich kann hier oben schön greifen. Was auch ganz gut geht, ist Alternate. Ist auch relativ breit. Und was so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, von der Optik her aber sehr gut zu greifen, ist R9X. Ihr seht, also da kann ich schön greifen, auch im Terminal. Das ist sehr viel besser. Hier ist übrigens auch so ein Windows XP Thema. Und was ich noch gesehen habe, Variationen. Das geht auch noch. Gibt es da viele Variationen. Wenn die Schrift im Titel ein bisschen zu groß ist, einfach dann eine kleinere nehmen. Und das ist gut. Dann kann man wenigstens die Fenster wieder greifen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.